Entschuldigung, könnte ich mal bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere sehen? Es geht, wie gesagt, um schmutzige Geschäfte. So, das ist nämlich super. Mir hat da eine Taube sowas von auf die Scheibe gekackt. So, das ist ein bisschen sauber. Hier ist er das wieder. Bitte schön. Jetzt rief er auch schon mal. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass das mein Führerschein ist und Sie damit den Scheiß wegmachen. Das ist das Problem. An diesem Morgen viel Arbeit für unsere Polizistin. So, bitte schön. Nee, so nehme ich den nicht. Kommen Sie mal. Das ist doch nur ein bisschen Vogelkacke. Haben wir doch gleich. Bitte schön. Na, sagen Sie mal, was soll denn das? Das habe ich ja noch nie erlebt. Jetzt drehen Sie sich doch mal nicht so auf. Ich habe nicht Problem, dass Sie das mit der machen, aber das müssen Sie doch sauber machen. Sie können doch nicht mir ein Dokument in der Hand kriegen mit Vogelkacke drauf. Ja, aber warum denn nicht? Ich bin Polizistin. Okay, alles klar. Weil wenn ich noch weiter warte, kann es sein, dass das noch weiter antrocknet hier. Dann kriegen wir es gar nicht mehr runter. Mir hat da gerade eine Taube oder irgendein Vogel, weiß der Geier, was so derart hinten auf die... Was machst denn du? Na, die Vogelkacke. Kannst du nicht? Danke. Nur vielleicht machen Sie mal sauber.